Grafische Veranschaulichung Die grafische Veranschaulichung bullischer Funktionen kann zumindest für niedrigstellige Funktionen durch Auftragen von Punkten in einem Koordinatensystem erfolgen. Einstellige Funktionen lassen sich in einem kartistischen Koordinatensystem als Eckpunkte eines Einheitsquadrats auftragen. Für zweistellige Funktionen gelingt dies noch einigermaßen anschaulich mittels der Eckpunkte eines Einheitswürfels in einem dreidimensionalen Koordinatensystem. Entstellige Funktionen lassen sich allgemein in einem n-plus-eins-dimensionalen Koordinatensystem als ein n-plus-eins-dimensionaler Einheitshyperwürfel darstellen. Algebrasche Darstellbarkeit Diese Darstellung wird jedoch spätestens ab vier Variablen zu komplex, um noch anschaulich zu sein. Daher ist für höhere Dimensionen unbedingt ein algebrascher Zugang erforderlich. Tatsächlich ist es möglich, jede beliebige bullesche Funktion rein algebrasch auszudrücken. Ein System von bulleschen Funktionen, welches dies ermöglicht, bezeichnet man auch als vollständiges Operatoren-System oder Verknüpfungsbasis. Vollständige Operatoren-Systeme sind etwa das und-oder-nicht-System, das und-antivalenz-System, das NAND und das NOR-System. Man beachte, dass es sich bei diesen Funktionen nicht um die Verknüpfungen der zugrunde liegenden bulleschen Algebra handelt, sondern um definierte Funktionen. Vollständige Logik-Systeme Für ein vollständiges System oder auch die Verknüpfungsbasis wird entweder die Grundverknüpfungen N- oder O- benötigt. Zusätzlich benötigt man das NOT- für einen Schaltungsentwurf hat dieser Umstand einen Vorteil. Es werden lediglich zwei Grundschaltungen benötigt, die dieses vollständige System und NOT- realisieren. Durch eine entsprechende Kombination der Grundoperatoren können dann alle anderen Operatoren gebildet werden. Die NAND-Verknüpfung und NOR-Verknüpfung stellt bereits ein solches vollständiges System dar. Normalformen Jede Bullesche-Funktion lässt sich in einer Normalform darstellen. Eine Überführung von einer Normalform in eine andere ist möglich. Normalformen sind nützlich für bestimmte Algorithmen, Schaltungen oder Beweise. Beispiele von Normalformen sind disjunktive Normalform, konjunktive Normalform, ringsummen Normalform. Besondere Bullesche-Funktionen Die immer wahrberechnende Funktion heißt Tautologie, die immer falschberechnende Funktion heißt Kontradiktion. Einstellige Bullesche-Funktionen, die immer genau den Eingangswert zurückliefern, nennt man Identität. Einstellige Bullesche-Funktionen, die immer genau die Umkehrung des Eingangswertes zurückliefern, nennt man Negation. Eine Bullesche-Funktion heißt symmetrisch, wenn der Funktionswert nur von der Anzahl der Einsen im Argument, jedoch nicht von deren Position abhängt, also invariant gegenüber Permutationen der Eingabevariablen ist. Punkt. Bullesche-Funktionen in Kombination Man kann komplexere Strukturen erhalten, wenn man mehrere Bullesche-Funktionen zusammenfasst. So erhält man beispielsweise einen Halpadierer, wenn man die gleichen Eingänge x und y für die und und die xor-Funktion verwendet, um am Ausgang der und-Funktion den Carry-Zustand c und am Ausgang der xor-Funktion den Summen-Zustand s zu bekommen. Punkt. Punkt. Punkt.